Musik Kennst du das Buch von Torben Kuhlmann, wo eine Maus zum Mond reist? Die Maus war vor Nils Anson am Mond und die Maus hat tagelang gebraucht und am letzten Tag, an einem Tag hat sie eine Mauserrakete gebaut mit Feuer und dann ist sie eingestiegen mit der Leiter, wie die Hunde kamen und sie wurde nicht erwischt und dann war sie am Mond und dann hat sie die Flagge aufgestellt und gegangen und gegangen und dann runtergeflogen, dann kam der Nils und dann haben die Menschen die Plakate gefunden, haben die mitgenommen und haben mit der Lupe geschaut und nachgebaut, dass Menschen rein kommen, drei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017